moin leute ich habe meine bestellung endlich erhalten ja hat nur fast monat gedauert ich hatte mir 200 von den grünen 1x1 in rund bestellt die weißen blüten hatte ich noch zu genüge und somit konnte ich dann endlich die säulen fertig bauen ich brauchte insgesamt aber 240 von den 1x1 in grün ich hätte zum glück selber noch 40 zusammen kramen können aber jetzt habe ich meine säulen fertig jetzt muss ich mir überlegen wie baue ich das hier unten die verzierung habe ich ja auch am tor gehabt die ist jetzt hier ein bisschen abgewandelt dadurch dass die säulen halt größer sind und dann war ich überlegen haue ich jetzt hier unten noch einen slope hin so wie bei beim tor ja ich gehe mal kurz rüber hier unten habe ich den slope oder mache ich was anderes hätte ich jetzt den slope daran bauen wollen hätte ich noch mal dieses ganze element weiter vorziehen müssen hätte hier diesen teil anpassen müssen das wäre auch gegangen aber ich denke dass mit den slopes hier unten das auch ganz gut aussehen wird wird jetzt wahrscheinlich dass mit diesen slopes die hier direkt nebenan sind ja ich finde auch diesen spalt ganz interessant dann so durchziehen hier vorne werde ich dann noch eine treppe hin bauen und an der seite werde ich dann gucken dass ich mit so einem spalt jeweils da slopes rüber bauen kann und dann mit den fliesen die dann drauf setzen so dass es glatt abschließen wird also das macht schon jetzt ein bisschen mehr her sage ich mal dadurch dass man jetzt die säulen hat das kann der nächste schritt folgen und einer der wichtigsten schritte wird jetzt sein dass ich hier oben einmal eine fläche rüber baue so dass ich hier wieder platten rauf packen kann um dann nächste etage fertig zu stellen da bin ich mir selbst noch nicht sicher was ich da machen werde ob ich dann einfach diese version in klein oben rauf setze und dann fertig bin oder ob ich dann zwei kleine gebäude oben rauf stelle dass ich dann hier ein stehen habt abstand und noch ein stehen habe dann wieder mit den großen slopes ein dach rauf und dann wäre ich eigentlich fertig mit dem grundgerüst vom gebäude und dann fehlt natürlich noch der innenausbau ich habe ja hier vorne einen offenen einblick und wenn ich jetzt mal einmal hier rüber schwenke hier haben wir das gebäude was von außen sehr sehr schön ist aber man sieht nicht was drin ist und hier werde ich dann mal versuchen das von innen dann auch ganz hübsch zu gestalten da muss ich mir dann überlegen was ich da rein bauen werde ja das ist der aktuelle stand zu diesem kleinen mock sag ich mal wir haben hier das tor und dann entsteht hinten da dieser tempel und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter raus und dann oben halt noch ein gebäude mit drauf kommt ich glaube da macht das schon was her da wird das auch richtig mächtig groß rein ob ich noch mal diese verzierung wie hier am gate mit einbauen werde muss ich mir überlegen jetzt hier noch was rüber bauen bin ich mir nicht sicher ich glaube ich würde es einfach so lassen das macht auch schon was her vielleicht dann bei dem bei der ersten etage oben drauf kommt vielleicht baue ich da noch mal was mit ein aber das dann später ja hier vorne liegen noch 50 fenster habe ich mir auch bestellt ich habe ja noch ein weiteres gebäude hier in im bau und für die nächste etage brauche ich auch wieder fenster ich meine ich hatte hier 48 stück benutzt in der nächsten etage der zweiten etage kann ich dann wieder 48 fenster reinbauen habe da noch zwei über ich meine ich habe noch 50 gitter rumliegen für die fenster hier wird es dann auch endlich weitergehen können ich weiß noch nicht ob ich genügend normale steine über habe aber das wird sich dann zeigen im zweiten fall muss ich noch mal neue bestellen und da mir die einmal eins im grünen hier ausgegangen sind also ich hätte 200 bestellt 240 für die sollen insgesamt benutzt habe ich mir auch noch mal 200 bestellt ich hoffe das dauert nicht wieder ein monat bis die ankommen ja und dann kann es halt oben weitergehen okay leute vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video tschüss bis zum nächsten video tschüss